So, zurück sind wir wo auch immer. Ich habe kein Öl in der Laterne. Naja, wir sind hier gelandet. Boah, durch das ganze Nachkommentieren im letzten Part weiß ich jetzt gar nicht, wo ich bin. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder orientieren. Ähm, ich bin grad gar nicht, ich weiß grad gar nicht, wo ich bin. Aber ich guck mich einfach mal hier um. Irgendwas wird's ja hier bestimmt schon geben. Sag ich doch, Vernunfttrank. Vernunfttränke sind nicht wirklich sehr hilfreich. Was haben wir denn überhaupt alles hier? Ein Hammer, Wasser einmal mit Wasser gefüllt. Ähm, warum ist der denn immer noch mit Wasser gefüllt? Ich dachte, ich habe das schon ausgewassen. Ich bin hier voll mutig, ich guck jetzt mal hier so rum. Ich bin auch gar nicht ängstlich jetzt irgendwie so. Ich habe jetzt hier so eine Ecke gefunden. Ich meine, es sieht auch gar nicht so aus, als ob wir hier, ach hier können wir anscheinend Irgendwas, ähm, zustande bringen. Ich habe hier ein Meetup. Was müssen wir denn überhaupt machen? Ich weiß also gar nicht, ich habe gar nicht die ganzen... Ist hier auch noch was? Nein. Was haben wir denn überhaupt für Missionen? Was ist unsere Missionen? Äh, ouch, I can't touch, äh, ja, das hatten wir auch schon mal eigentlich. Keine Tage, welche Notizen vielleicht. Messed-up-room. Just sitting here and enjoy company with your friends and party, but not anymore. This room is not destroyed, blablabla. More than much. Entscheintlich, anscheinend haben wir gar nichts zu tun. Ähm, ja. Ich guck trotzdem, ob ich das hier irgendwie... Irgendwo anwenden kann. Vielleicht geht das hier an. Es geht viel, aber... Scheint irgendwie nicht, ne, nicht zu wollen. Das ist auch... Die Gläser gehen mal wieder nicht kaputt. Der kackt uns hier gleich wieder ab. Geist hier ganz zuschacht. Blaue Schnittfunken auch. Ähm... Ich nehme einfach mal alles, ne, warum nicht? Das ist auch Wurst. Was haben wir denn hier? Downstairs key. Now I can go through the downstairs door. Oh, wo ist die? Das wäre schön, wenn wir das wüssten. Hier geht's wohl hoch. Soll das so sein? Das soll wahrscheinlich so sein. Scheint komme ich hier nicht. Hier gibt's aber auch wieder gar nichts. Das ist... Wartet halt ein Moment. Da ist doch Licht. Hallo. Warum ist denn hier Licht in der Ecke? Ich bin schon so ungeübt, dass ich hier nicht meine Zunderbüte so öffnen kann. Ich fülle mir jetzt erstmal wieder Blüten nach und dann wissen wir erstmal, wie das Ganze hier aussieht. Ganz schön mysteriös hier. Hier haben wir irgendwelche Sachen auf dem Boden und so und... Hoch, hoch geht's. Ja, anscheinend brauche ich hier gar nichts. Oder wie soll ich das verstehen? Wo kam ich denn überhaupt her? Müsste ich von hier her gekommen sein, oder? Nicht? Ja doch, jetzt erinnere ich mich wieder. Hier muss ich her gekommen sein. Dort... Wow! Wer liegt denn... Meine Güte. Wegen so etwas von heute erschrecke ich mich. Mann, Mann, Mann. Das geht ja wieder gut so gut los hier. Wo kam ich denn her? Hier kam ich her. Achso. Ja, das ist doch mal nett. Wir haben nicht sehr viel Öl, deswegen spare ich mir das auf. Lade... Lauf ich mal eine Bündel hier unten. Ich bin gespannt, was jetzt erwartet. Ich denke, ich werde sehr... sehr schnell wieder die Hose voll haben von dem ganzen Spiel, weil ich mal wieder gar nicht weiß, was hier... Ja, wieder Fußspuren. Hallo, Öle. Jetzt fängt das große Schweigen wieder an. Ich merke das schon. Ich bin wieder ganz, ganz perplex hier. Na gut. Das ist jetzt noch nicht so richtig. Ich denke mal, hier kann ich mich verstecken, deswegen mache ich es mir da schon mal. Kann ich denn überhaupt über so ein Fass rüberspringen? Das ist gut. Das ist gut. Dann mache ich mir so drei Fässer hin. Falls irgendwas kommt, dann können wir da schon rein. Oder nicht. Das ist doch ganz praktisch. Hier unten kann ich natürlich auch lang, weil hier kann natürlich auch keiner hin. Ich denke, ich werde jetzt gar nicht hier so genau wissen, was gleich passieren wird. Was geht denn hier ab? Ich kenne doch nicht mal die Story von ihm. Wir sind auf... Ah ja, das war ja... Wir sind ja... Wir sind ja auf einer Party gewesen und jetzt kommen wir hier nicht mehr raus und jetzt... wissen wir nicht, was wir machen sollen. Jetzt geht die Laterne aus. Perfekt. Hallo? Hallo? Na ja. Ich stapelte mir so viele Sachen aufeinander. Eieieie, was ist das denn hier? Hier liegen auch wieder Sachen rum. Ich gucke mir das mal an hier. Liquids and Ghosts. Good, you arrived here. This is my workplace. Used to work here a lot. But not anymore that much. This place give me sometimes creeps when I heard strange noises. This place is not safe anymore. But for now, if you want survive, then do this. You must find some liquid bottle to make explosive. Beware, you're not safe. You're not dead. Was hat uns unser Vater mit dieser ganzen Sache hier zu tun? Und ich hab hier so ein Dingens, aber... Kann ich die hier nicht so? Nee, das geht nicht. Schade eigentlich. Ich dachte, da kann man jetzt irgendwas... irgendwas anfangen. Hier geht's auch nochmal weiter. Ach du meine Güte, das ist toll. Hier, was haben wir hier zu suchen? Gar nichts, denke ich. Nicht wirklich. Hier gibt's irgendwelche Flaschen. Das ist jetzt auch nicht so toll. Diese Stille und gar nichts ist hier. Und so, das ist... Nee. Das ist mir nicht vorher. So, was können wir jetzt hier machen? Jetzt bin ich aber hier endlich mal. Ich will jetzt endlich mal was erreichen hier. Es geht doch gar nicht so weiter. Irgendwas muss hier sein. Gibt's denn hier... Da liegt jemand. Ach nee. Ich würde sagen, wir erstmal hier lang. Ich geb's auch noch nicht. Die Freunde. Ich will nicht. Was war denn das gerade für ein Ultra-Ruckler hier? Aber jetzt mal im Ernst. Ähm, was war denn das gerade? Die hat sich irgendwas notiert. Könnte sein. These big rocks is blocking my path. My path. And maybe I can find something to unblock path. Ja, maybe an explosive. Aber nur maybe. Chemietopf. Was ist denn da drin? Ein Topf, der mich schon aller Art enthält. Ach, der hält schon. Ähm, aller Art. Dann müsste ich das doch hier so anwenden können, oder nicht? Oh nein. Irgendwas muss ich doch mal mit anfangen können. Ähm, nein. So anscheinend nicht. Aber irgendwo muss es doch gehen. Deswegen nicht. Ja, das ist, ähm... Die Tür liegt dort oben auf. Das ist aber wieder sehr spannend hier. Sehr spannend. Sehr spannend. Sehr spannend. Freunde, lasst doch mal was passieren hier. Ich muss da irgendwas finden wahrscheinlich, damit ich das Ding dann aufmachen kann. Was gibt es hier? Gar nichts. Irgendeine... Eine Puppe hier auf dem Boden. Was auch immer das sein soll. Irgendwelche anatomisch unkorrekten Viecher, die da rumliegen. Hier haben wir Öl. Das ist auch wieder schön. Dann fülle ich mir das gleich erstmal wieder auf hier. So. Jetzt sagt mir mal, warum habt ihr diese ganzen Kisten hier geschrumpft? Das macht doch alles keinen Sinn hier. Das ist doch... Die Dinger brauche ich auch nicht. Ich will die Dinger schon aufmachen können. Anders... Ähm, ja. Hier scheint nichts zu sein. Ich gehe einfach mal da lang. Sind hier auch Schritte. Ich mag das nicht. Langsam... Das sind mal wieder diese komischen Türen, die immer so schnell zu gehen. Die kennen wir alle. Ist das Ding klein. Die haben die echt geschrumpft, die ganzen Dinger. Kann das sein? So. Können wir jetzt irgendwas hier... Jetzt muss aber auch was gehen hier. Auf Boden stellen oder... Irgendwie war das doch immer so. Oder hier vielleicht. Aber das Ding dreht sich. Freunde. Aha. Wartet mal. Jetzt haben wir ein Glas. Aber was soll ich mit dem Glas? Ein leerer Glaspäte. Ja, das geht doch. Freunde. Jetzt haben wir es endlich. Dreh mal. Dreh mal. Dreh mal. Incomplete Liquid. Hier auch noch ein bisschen von... Dann haben wir es bald. Wartet. Das hier auch noch. Der Glascontainer hat Füllt mit einem Liquid. Ähm, ich möchte das jetzt hier so. Kann nicht kombiniert werden. Aber hier ist auch was drin. Okay. Wir müssen dann wahrscheinlich gleich nochmal zurück. In diesen anderen Raum. Leichen. Äh, Knochen. Ja. Ne. Wozu denn die ganzen Schlüsse... Ich habe ja gar nicht so viel gefunden. Wird's brauche ich mit den ganzen Schlüsse näher. Gibt mal her, das Ding. Das macht Sinn. 2 Liquids for 1 Glasbottel. Ja. Ich mach dich auch. Und jetzt. Na. Das ist ja jetzt so toll, ne. Aber... Machen kannst du mir nichts. Müssen wir jetzt mal sowieso gucken. Was haben wir denn jetzt hier? Ähm, Glascontainer. Hier, Mietopf. Was haben wir denn hier? Ähm, room to room key. This room to a key. It gives me already creeps. Achso. Ah, ja. Das war der Schlüssel. Und, ähm, der hat irgendwas gelabert jetzt von... Glasdienens. Der ist schnell. Warum ist der so schnell? Ui! Wo ist der hin? Freundchen? Hat er sich jetzt gebügt, oder was? Boah, was ist denn jetzt hier los? Freunde, was machen die denn alles? Die können anscheinend alles. Die sind auf einmal weg. Ähm, das war sehr interessant gerade. Ja, das war sehr interessant. Haut der uns einfach mal ab. Aber warum nicht? Also ich hab das Ding jetzt gemixt. Ich geh einfach mal jetzt hier lang. Und vielleicht kann ich dann jetzt mit diesem anderen Ding ins Boomens hier was machen. Äh, wo ist denn das jetzt hier? Ah, da. Aber ich denke nicht. So, was? Ich mach jetzt einfach mal. Ich versuch einfach mal mit dem Ding hier. Aber es geht auch nicht. Das muss ich wahrscheinlich dann doch zusammenmixen. Das bauen wir dann anders mal. Find to unlock this. Das auch nicht. Nein. Das ist der schlimme Raum. Hoi! Ähm, ja, das ist sehr creepy hier, muss ich sagen. Die Dinger kenn ich gar nicht. Heilige Scheiße, die bewegen sich doch. Wenn die sich gleich umdrehen, dann bin ich echt perplex. Oh, oh. Perplex ist mein neues Lieblingswort. Hab ich gerade rausgefunden. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Nee, nee. Ich fall da drauf nicht rein. Irgendwas passiert doch gleich. Können wir auch nicht was machen. Nee, das ist auch nicht... Ach so, ja. Ach so. Astrolight. Ich muss sagen, das ist ganz schön billig, Alter. Wenn mich die Dinger erschrecken wollen, dann müssen die schon was anderes drauf haben. Weil so geht das nicht. Davon kann ich mich leider nicht erschrecken. Explosive mixture for large explosion. Explosion. Explosions. Kann nicht kombiniert werden. Kann auch nicht kombiniert werden. Ja, dann gehe ich einfach mal wieder in den Raum zurück. Das ist auch kein Problem. Wo habe ich den Schlüssel denn jetzt immer noch? Ich meine, brauche ich den? Nein. Die sind schon drin. Da gibt es auch nichts. Hier so. Wartet. Was ist denn hier? Glas. Zünderbüchse. Brauche ich auch nicht wirklich. Aber nehme ich mal mit. Wo kam ich denn jetzt? Habe ich schon wieder irgendwas gefunden? Nein, aber nicht. Ich lasche einfach mal hier lang. Wieder zurück in den anderen Raum. Und dann müssen wir auch laschen. Oh, scheiß jemand an. Wieso jetzt? Warum jetzt? Auf einmal. Warum kam das nicht schon vorher, als ich hier vorbeigegangen bin? Ist da hinten jetzt frei? Nein, da ist nicht... Nee, nee. Ich mache die Lüfte mal wieder an, so wie es vorher war. Oh, jetzt ist gerade die Lüftung angegangen vom... Oh nein. Egal. Das ist doch hier gerade passiert, oder? Oh Gott, wo bin ich überhaupt? Was ist denn jetzt gerade passiert? Ich bin jetzt... Ich sehe nichts. Ich habe gar nichts. Ich bin dörfer weg. So, wo geht es denn jetzt hier? Ich muss irgendwo raus. Ach du Scheiße. Ja, nee. Das ist jetzt blöd. Ähm. Das ist passiert. Äh, ja. Ähm. Toll. Ich muss auch wieder zurück. Ich muss auf jeden Fall wieder zurück. Aber es ist kein Problem. Hier lagen noch irgendwo lange Bretter rum, wenn ich mich nicht irre. Hier nicht, aber... Hier auch nicht. Das war irgendwo hier hinten. Das war hier jedenfalls... Auf jeden Fall waren hier irgendwo Bretter. Oder war das schon vorbei? Kann doch sein, dass das woanders passiert ist. Da sind wir reingegangen. Ne, dann war das doch schon vorher. Ähm. Ja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal. Ah, hier haben wir die. Ja, das ist auch gut. Ah, ich kann die nicht mitnehmen. Ja, toll. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Ort. Der Part war jedenfalls nicht allzu spannend. Hoffen wir mal, dass es besser wird. Dass noch irgendwas Interessantes passiert, wo man sich vielleicht erschrecken kann. Aber, wir sind jetzt erstmal mit dem Problem hier behaftet. Und darum kümmern wir uns das nächste Mal. Pistole. Pistole.